Ja hallo, Mahlzeit und einen schönen Mittagstisch zu euch ins Studio, liebe Oschi. Vollkommen richtig, Mittwoch und Donnerstag, das sind für gewöhnlich auch jene Tage, in denen der Ibiza-Untersuchungsausschuss tagt in genau jenem Gebäude des Ausweichquartiers des Nationalrates. Heute ist keine Ausnahme und diese Woche, die müsste eigentlich unter dem Motto stehen, da waren es nur noch zwei. Denn insgesamt sieben Befragungspersonen waren für diese Woche angesetzt. Die meisten haben davon abgesagt, darunter auch durchaus prominente Namen, beispielsweise Heinz-Christian Strache aufgrund seines Jachturlaubs, da hat es ja massiv gebrannt, wir haben hier ausführlich berichtet. Aber auch Thomas Schmidt, der ehemalige Alleinvorstand der ÖPAG, wäre heute erneut geladen gewesen, genau wie in der letzten Woche doch auch er hat abgesagt. Ebenfalls abgesagt hat Dietmar Hoscher, er ist ein Ex-Casino-Austria-Vorstand. Wer jedoch geblieben ist, das sind die wahrscheinlich allerprominentesten Befragungspersonen und das ist für den heutigen Tag die Justizministerin Alma Zadic und für morgen der Bundeskanzler Sebastian Kurz. Alma Zadic ist bereits zum zweiten Mal in den Ibiza-Untersuchungsausschuss geladen, in ihrer Rolle als Justizministerin. Heute wird es nicht anders sein und es wird allen voran um das Zusammenspielen der unterschiedlichen ermittelnden und verfolgenden Behörden gehen. Allen voran beispielsweise die Sokodeb, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und aber auch die unter Anführungszeichen normale Staatsanwaltschaft sowie die Oberstaatsanwaltschaft. Man wird eingehen auf diesen internen Riss innerhalb der Justiz. Es ist hier eigentlich ein Machtkampf entbrannt, der durchwegs eben auch eine türkise und eine grüne Hälfte zeigt. Die türkise Hälfte eher auf der Seite der unter Anführungszeichen normalen Staatsanwaltschaft. Hier hat es ja auch die entsprechende Suspendierung des Sektionschefs Bilnacek durch Alma Zadic gegeben und auf der anderen Seite die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die historisch, muss man sagen, eher einer roten Parteilinie bzw. eben auch der grünen Parteilinie zugeordnet wird. Hier gab es die entsprechenden Vertreter aus diesen Parteien in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das ist natürlich eine offene Flanke. Da wird von Seiten der ÖVP agiert, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht neutral agiere. Die Justizministerin Zadic hat sich nun bewusst hinter ihre Behörde, hinter die WKSDA gestellt, hat gesagt, die Angriffe auf die Justiz, die wären absolut entbehrlich und einem Rechtsstaat nicht würdig. Der ÖVP-Mandata und Fraktionsführer Hanger, der wird heute in die Offensive gehen. Er wird bekritteln, dass die Lieferung von Chat-Nachrichten nicht ganz fair war. Man hat durchaus Kurz- und Schmitt-Chats geliefert. Anders hat es ausgesehen bei der Lieferung von Chats des ÖGB-Präsidenten Wolfgang Katzian mit Thomas Schmitt. Das hätte nach dem ÖVP-Mandata-Hanger das Bild doch gravierend verändert. Man darf sich auf jeden Fall auf eine spannende Befragung einstellen. Es wird in gewissem Maße auch den derzeitigen Zustand innerhalb der Koalition widerspiegeln. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt.